Oh, ich verbrenne. Was hast du gesagt? 100, 200? Jo. Verdammt. Oh, dieses Feuer, es fühlt sich so schön an. Äh... Ihr zwei seid doch Experten. Wie sieht's denn aus? 0 zu 1 zu 2. Mein Schwert ist wieder da. Ernsthaft, wie du jetzt halt bist du führst? Warum? Tja. Ich glaube, ich prüge jetzt eine Witch und lass sie dir gleich dazu. Kann man Kartoffeln auch so essen? Äh... Keine Ahnung. Ja, doch, ich glaube schon, aber die geben nicht so viel. Wie viel denn, weißt du das? Ne, halbes. 0,1. So. What? Ja, gleich dann. Siehst du, jetzt lässt sich keine Funktion. Das ist sogar schon ein relativ epischer Dingens, finde ich. Habe ich noch nie gelesen, muss ich ehrlich zugeben. Ich sollte vielleicht gleich wieder auf die Koordinaten gucken. Weil das hier kommt mir nicht besonders bekannt vor. Äh... 100, 200, ja? Sag mal. Oh, es geht noch besser, es geht noch besser. Das mit dem Preis eben war ein Joke. Das hast du verstanden, ne? Ja. Gut. Aber, aber, aber... Wie, jetzt zweimal hintereinander? Wenn du mal uns als Spawn sehen würdest, wie der gerade ausschaut. Oh, das ist nicht lustig. Mann, ich brauche Fackeln. Oh, mein Quatsch. Ich brauche unbedingt ein Zuhause. Hi! Ich sehe jemanden. Ich sehe jemanden. Oh, ein Skelett. Sag mal. Hat sich wegzimportiert. Nein, nein, nein. Ich habe nur noch zwei Herzen. Das hört sich schon wieder an wie ein Mini-Zombie. Ich laufe weg. Er stürzt sich ins Getümmel und stirbt. Wäre ja schon fast tragisch, wenn es nicht so lustig wäre. Ich finde es schön, dass man den Berg so schön aus der Weite sehen kann, weil der so schön leuchtet. Und wessen Verdienst ist das? Ach, Mann. Ihr seid doch nicht. Das passiert mir auch gleich. Verdammt, verdammt, verdammt. Nein, nein, nein. Ein Herz. Mein Zombie. Halbes Herz. Verdammt. Wo liegst du? Irgendwo vor dem Berg. Ich möchte dich mal krass Ninja luchen. Ah, jetzt schon wieder ein Skelett. Oh Gott, ey, es hört einfach nicht auf, was ist vor uns. Powersnack. Ja, vielleicht sollten wir langsam mal Bett bauen oder so. Ja, ich habe doch auch, ich wollte dafür geholt, man. Ah, ist die jetzt weg? Nein, die liegt hier. Okay. Zwischen ein Skeletten und so weiter. Aber hey, ich bin ja mutig, ich stürze mich in die Schlacht. Aber hey. Aber hey, verdammt. So. Skelett tot. Zombie 1 tot, Zombie 2 tot. JV, lebt noch. Wait, das schaffen wir auch. Oh, oh, da ist ein Zeug. Ich bin entzückt. Ja, ich habe ein bisschen zu entzückt. Wow. Ich mag das Geräusch. Ja, es hört mich auch ziemlich an. Das in Möhren reinbeiß Geräusch. Ja. Ich finde, das hat was. Ich habe hier deinen Zucker vor. Oh, cool, bringen wir jetzt. Ich buddle mich gerade mal den Berg rauf hier, weil ich zu faul bin, irgendwie einen richtigen Weg zu finden. Also arbeite ich lieber um keinen richtigen, also, ja. Du, deine Logik. Ja. Das ist nur, dass der richtige Weg einfach ein Meter weiter rumführt. Ich studiere Informatiklogik, das ist mein Geschäft. Musst du doch wissen. Standardlogik und so. Mhm. Warum haben wir denn kein Eisen mehr? Rüstung und so. Ach, richtig. Fünf. Ja, nee, 31 haben wir jetzt noch aus dem Ofen, aber. Das war aber sieben graue Wolle. 37 weiße Wolle. Was? Wollte reichen, ne? Nee. Soll ich die Betten bauen, oder willst du? Mach du. Mach ich, okay. Mach ich. Mach jetzt immer mit dir. Boah, wie der mir redet, ne? Der kriegt kein Bett. Oh, oh, oh. Dann wird er bei uns nicht irgendwo ins Bett schmuggeln. Willst du das wirklich? Nein, der darf auf dem Boden schlafen. Ja, der hat aber sehr viel von. Betten stacken noch nicht, schade. Ich hab noch eine Potato mitgebracht. Ich hab jetzt traurig, dass meine vier Pfeile jetzt wechseln. Ich hab zwei hier. Ich lass erstmal in die Truhe zurück, weil ich sterbe sowieso. Ohne Rüstung sowieso gleich wieder. Also ich hab ne Rüstung. Ja, ich sammeln wie jetzt eine. So. Ach, da hinten ist noch wieder ein Baum gewachsen. Sehr schön. Oh, Zombie. Geht von meinem Beet. Echt, sowas von ungehobelt, diese Viecher. Toll, keine Seeds rausbekommen aus dem Weed. Doch, jetzt einen. Und zwei. Sehr schön. Kann ich's nachpflanzen? Ein, da ist schon wieder eins gewachsen. Oh, ist es wie Weihnachten. Wir können ein Brot backen. Ähm, also die Treppe war irgendwie jetzt ein bisschen ungekliziert. Besser als die ganze Zeit zu springen. Bake Bread. Baba. So, machen wir am besten auch noch ne Ding ins Kiste, ne? Genau, ne Ding ins Kiste. Ne Ding ins Kiste, ja, das wollte ich auch machen. Nahrung wollte ich sagen. Sag es doch. Nahrung. Ah. Ich hast es zweimal gesagt, aber wolltest du es nur einmal sagen, oder? Tja. Siehst mal, wie Gangster ich bin. Tja, jetzt hast du richtig krass verarscht. Ja. So. Weed, Bread, sonst haben wir nix an Essen. Toll, ich hab hier ne Ecke rausgehauen. Egal. Ja, das ist jetzt doch kein richtiges Haus. Ich mein, das wird ja nachher abgerissen und drüber wird dann ja ein richtiges gebaut. Zumindest ist das mein Plan. Ich weiß ja nicht, was ihr so vorhabt. Mein Plan ist überleben. Guter Plan. Oh, oh, oh Gott, oh Gott, das hätte ich auch. Oh, oh Gott, oh Gott. Also wir haben jetzt 17 Knochen. Soll ich mal ein bisschen Knochenmehl benutzen, um ein bisschen Weed vorzuproduzieren? Ich nehm mal jetzt 5 Knochen, das sind 15 Weed. Wofür brauchen wir es sonst? Weiß ich nicht. Nein. Ach, verdammt, das ist ja jetzt auch noch so kompliziert, dass du... Meermanns, ja. Hm. Very, very unschön. Das kennst du ja alles noch gar nicht. Ja, doch, ich hab schon davon gehört. Okay. Aber ich bin halt, mhm, ab der Version 1.4.6 oder 7, je nachdem, bin ich halt doch etwas hängen geblieben. Das muss man schon dazu... Dazu... Nein. Das muss man schon zugeben, so. Ich muss mal ja mal einen Sprachkurs belegen, ey, das kann ja wohl nicht angehen. So. Ich buddel, glaub ich, schon mal so alles weg, was nicht essentiell für unsere Behausung und das Dingens ist. Ne? Weißt schon, was ich meine. Ist schon echt beängstigend. Holz. Bing. 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 Big Bang. Bing. Google. Yahoo. Ask FM. Ah, ne, das ist was anderes. Ask Toolbar, so war das. Was? Ja, es gibt doch immer diese komischen Toolbars, die du installierst, wenn du irgendwelche Software installierst. Das ist unter anderem die Ask Toolbar. Ne, normalerweise drückst du halt auf, plus in der Bildung zu. Du machst das, aber du weißt nicht, wie oft ich das jetzt schon entfernen musste, weil andere das nicht tun. Ja, dann darfst du dich nicht mit anderen Menschen zusammengehen. Es gibt aber andere Menschen, mit denen ich ein bisschen was zu tun habe. Ja, das ist natürlich jetzt selbst verschuldet, also. Zu tun haben muss? Dass ich geboren wurde und eine Familie besitze, das habe ich selbst zu verschulden, ich bitte. Ich reduziere meine sonstigen sozialen Kontakte schon auf ein Minimum, ja? Also, ich glaube, das kannst du mir nicht vorwerfen. So. Die Erdnot ist vorbei. Gibt es noch ein paar Kühe oder so? Ich meine, ich habe da... Ich habe da ganz viele. Wir haben ja sozusagen noch einen zweiten Berg, der ist mit der Richtung, ich glaube, westlich. Und da waren recht viele Kühe. Aber es ist schon alles so. Wir bräuchten mal ein paar. Ich glaube, wir haben nichts mehr, oder? Kein Steak. Nein. Nein. Wir haben nur noch Brot. Ich mache jetzt gerade nochmal drei Brots. Drei Brots. Ist die meine für euch bei mir denn hier? Ich bin oben im Lager. Ich frage nochmal, ich sage, es könnten... Ich bin oben hochgegangen und ich sehe keinen. Dann war ich das wahrscheinlich. So, dann machen wir das mal schön hier. Was wollen die alle hier? Ja, ja, okay, das bist du dann. Jetzt reicht's aber. Ja, das habe ich mir damals auch gedacht. Da ist wirklich viel was geworden. Auf mich hören die aber. Achso, okay. Dann bin ich dann erst den Gang zugelegt. Um welche böswilligen Kreaturen handelt es sich gerade? Ähm, die Dinger, die zischen. Okay. Also, Jonathan ist ein Creeper-Flüsterer, ja? Ja, aber das ist nämlich böser. Oh, Bedrock, verdammt. Was? Okay. Was, Bedbomb? Bedrock. Hä? Ledermausbombe? Ja, genau die. Fehlt eigentlich noch, dass irgend so ein komisches Combat-Spiel dann Batman als Kämpfer nimmt und das in so eine Spezialfähigkeit oder so. Könnte ich mir gut vorstellen, dass da irgendwer auf so bekloppte Ideen kommt. Das wird doch schon krass wie der Batman-Kampffspiel. Ja. Nee, das sieht unschön aus. Dann muss ich jetzt was drüber bauen. Nee, das ist doof. Dann muss ich noch was drüber bauen. Dann eine von meinen neu erworbenen Holztüren einbauen. So. Ey. Aber so eine Art schnellen Weg, Sachen aus dem Inventar zu holen, gibt's jetzt hier nicht, wie bei Feed the Beast so irgendwie scrollen oder so, ne? Nee. Okay. Es gibt, du kannst, also so wie Shift klicken, wie das in Feed the Beast war, also so alle Items von einer Sorte kannst du machen, indem du ein Stack nimmst und dann auf den anderen Doppelklickst, mit Shift gedrückt. Dann tut er alles. Ein Stack nehmen und auf den anderen Doppelklicken, hä? Warte, ich hab grad zu tun. Ja, ja, ja. Das ist eine ganz gute Ausrede. Stonehoe. So, pflanzt mal noch ein bisschen. Also wenn du in der Kiste bist oder so. Ja. Dann nimmst du aus deinem Inventar was raus. Ja. Hältst es in der Hand und dann klickst du auf, während du es in der Hand hast, du hältst Shift gedrückt und machst dann Doppelklick mit dem Stack, den du in der Hand hast, auf den anderen. Also von der gleichen Sorte. Ah, oh, ja. Ich bin so jemand, der das immer gedrückt hält. Nee, gar nicht. Ich hatte aber irgendwie das Gefühl, ich müsste die Maustaste gedrückt halten, wenn ich das bewege. Das war grad irgendwie merkwürdig. Okay, jetzt hab ich's verstanden. Cool. Danke. Ach ja, ich weiß jetzt nicht, wie lange noch zocken wollt. Ich würd mich gleich verabschieden. Was, habt ihr Sockenbord? Ich weiß nicht, wie lange ihr noch zocken wollt, aber ich würd mich ja gleich verabschieden. Sockenbord. Es tut mir leid. Nein, ich hab nichts getrunken. Noch nicht. Ja gut, ist kein Problem. Ich hab ja gesagt, sag Bescheid, wenn du uns verlassen willst. Jetzt bin ich so traurig. Okay. Ich werde vielleicht die Posaunen hören, wenn ich das über den Raum verlasse. Posaunen? Ja. Ich kann kein Posaune. Kannst du Posaune, Jonathan? Nee. Was? Müssen wir wohl lernen. Ja, müsst ihr. So lange musst du wohl noch bleiben. Ich darf nicht wir posaunen können, wenn er weg ist. So oder ähnlich. Wunderschön. Ach, so wie ich. Ey. Er hat mich gehauen. Du weißt, wir sind hier in einem Survival-Game, ja? Wenn wir hier sterben und so, ne? Das ist voll gemein, dass du mich jetzt gehauen hast. Das mindert nämlich meine Überlebenschancen erheblich. Und das mindert auch deine Überlebenschancen erheblich. Weil bla 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 bla. Ich bin siebenmal gestorben, fantastisch gesehen habe ich keine Überlebenschancen mehr. Stimmt, Menschen, die siebenmal gestorben sind, leben in den seltensten Fällen noch. Ja, du kannst gerne... Ja, ich guck so gar nicht mal, das schöne Zombie hier an. Warte mal, ein Zombie-Kritte zu töten? Ich hab mich voll hier zugestellt. Also, wenn du direkt dahinter stehst? Ja, direkt davor. Ja, der Zombie steht drinnen, ich glaube dann ja. Obwohl, mir tut er jetzt gerade nichts. Komm raus, komm. Naja, wie ist dem auch geil. Ich bin jetzt nur weg und wünsche euch allen auch natürlich viel Spaß. Danke, danke. Auf Wiedersehen. Vielen Dank, dass du dabei warst, man sieht sich. Ja, hoffentlich nicht. Pass, hoffentlich nicht. Ja. Na, ist ja nur Minecraft. Na gut. Wann geht er endlich? Wann ist er weg? Ja, wenn ich jetzt die krass in den Argo verendet habe. Also, tschüss. Ciao. Ciao. So, Jonathan ist noch da, ne? Mhm. Sehr schön. Gut, muss ich nur gerade kontrollieren. Also, ganz alleine kann man mich ja nicht ertragen. Die Armen. Ja. Naja, selbst schuld, würde ich sagen, ne? Ja, bestimmt. Okay, noch eine Kiste. Ich wollte noch eine Kiste für abgelaufene Tools machen. Abgelaufen, ähm. Ne? Zum Wiederverwenden, oder was? Nein, so, so. Äh, halt Tools, die jetzt in der Kiste rumgammeln. Echt? Die schon angebrochen sind. Äh, okay. Okay. Dass man halt da nach Tools gucken kann, wenn man noch, Entschuldigung, wenn man jetzt noch welche braucht. So, ein bisschen repariert und dann kann ich das mal da rein tun. Ansonsten müssen wir uns das mal überlegen, ne? Je nachdem, wie viel Eisen wir zusammenkriegen oder so, dass wir wirklich mal gucken, ob wir da sowas auf die Beine gestellt bekommen mit, weil von wegen Hoppern und so, weißt du? Ja, ja. Jetzt haben wir, wir haben hier jetzt keinen Platz mehr drin, für Betten. Oh. Haben wir den Platz für ein Bett? Ja, warte mal. Wäre vielleicht mal gut, um den Spawn zu setzen. Ich sorge gerade dafür, dass wir Platz haben. Ich hoffe, das nix dagegen, wenn wir dann hier so eine lustige Liegenische haben. Nur ne. Soll ich in die Mitte? Das ist mir relativ egal. Was? Ich bin gerade aber noch unterwegs. Okay. Ich weiß noch nicht, ob ich in der Schweiz schlafen soll. Ach, diesen Insider. Ja. Kannst du den noch nicht antun. Warum nicht? Verstehen die doch sowieso nicht. Okay, das macht es vielleicht nur noch schlimmer, ne? Mhm. Okay. So. Oh. Das ist cool. Wenn ich im Bett liege, dann bin ich mit dem Kopf irgendwie in der Decke. Ja. Das ist ein bisschen verbuggt. Sag bloß. Nehm ich mal Erde mit und mach mal die Decke ein, Sir. Möhre. Mhm. Ich bin gleich auch fertig. Das ist das letzte Stück. Mhm. Möhre. Okay. Aber ich glaube, ich werde gleich mal anfangen, zumindest den Boden schon mal ein bisschen auszulegen und so. Mhm. Und dann mal gucken, was ich außen als Material nehmen will. Dir ist das wahrscheinlich wieder völlig egal, ne? Ich sehe ja noch nichts. Na dann. Lass mich überraschen. Jetzt habe ich irgendwie einen Werbe-Jingle im Kopf. Ich weiß noch nicht, wovon. Lass dich überraschen. Oder so ähnlich. Und ja, ich singe toll. Äh. Stone. Ja, das lasse ich jetzt so. Sagte er und baute neue Blöcke hin. Ah, da ist er gerade weg. Der Jonathan, habt ihr vielleicht ein Skype-Geräusch gehört? Wenn ihr das hören könnt, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was er für Probleme hat, aber wir werden es gleich sehen. Oder lesen. Und dann Montreal Month. Hier ist es einlectric евrelang ¡terktד prakber?